Die DRV-News vom 2. August 2024. Friedrich Merz will Cannabis-Gesetz zurückdrehen. Putin tauscht Auftragsmörder gegen Gummibärchenmann. Mit freundlicher Unterstützung von Seeds24, Hawaii Medical und Dirksgroß-Shop. Herzlich Willkommen bei den DRV-News. Es ist mitten im Sommerloch und trotzdem haben wir jede Menge Zuschauer hier in den letzten Ausgaben gehabt. Und ich finde jede Menge Nachrichten, die recherchiert haben. Normalerweise muss man suchen, überhaupt irgendwas zu finden. Und jetzt sehen wir, oh, hier ist interessant und das ist auch noch interessant und das ist auch noch wichtig irgendwie. Also vollgestopfte DRV-News-Sendung mitten im Sommerloch. Unglaublich. Vorbemerkungen habe ich aber nur zwei kleine, wieder mal auf Hinweise, auf weitere Videos von der Cannabis-Normalkonferenz, die wir veröffentlicht haben. Jetzt geht es auch los mit den Sessions zu den CSCs, zu den Anbauvereinen. Erstmal zwei strategische Grundlagen sozusagen. Eine zu rechtlichen Fragen, zu Planung, Gründung, Betrieb, Gebäude zum Beispiel, Vereinsgründung, Satzung, solche Dinge. Umgang mit den Behörden zum Beispiel. Und das zweite Video, das gucke ich gerade selber noch, bin fast jetzt durch. Da geht es um mehr ums Growing sozusagen, Anbaustrategie für 500 Mitglieder. Wie viel brauche ich da ungefähr? Was weiß ich, warum soll ich Rolltische benutzen? Und wie ist das mit Outdoor? Ist das sinnvoll oder nicht? Und so weiter. Also wirklich nerdiger Kram irgendwie. Profis erklären Laien, die bisher in viel kleinerem Umfang meistens angebaut haben dürften, wie das Ganze in großem Stil geht sozusagen. Zeigen auch die Hürden auf und die Kosten, die damit zusammenhängen und welche Investitionen notwendig sind, welche nicht. Das ist sicherlich spannend für alle, die sich da mal ein bisschen reindenken wollen und praktisch Pflicht für alle beide Sessions, für alle, die wirklich jetzt ernsthaft drüber nachdenken, in die Organisation eines CSC einzusteigen. Auch wenn manche vielleicht danach, dann nach dem Video sagen werden, aha, nee, ich lasse da doch die Finger davon. Wer danach noch denkt, okay, ich will das machen, ja, der ist auf dem richtigen Weg, denke ich. Schade für alle, die nicht da sein konnten, ja, eigentlich alle, die irgendwie jetzt dabei sind, CSC aufzumachen, zu gründen und so weiter, hätten da sein sollen. Ja, wer es nicht geschafft hat, hat jetzt eben die Chance, zumindest Videos zu gucken und das lohnt sich. Und auch die, die da waren, haben natürlich immer nur eine von drei Sessions gleichzeitig sehen können. Ich auch. Deswegen habe ich die Videos eben jetzt auch nochmal gesehen und muss sagen, also da haben wir wirklich ein gutes Programm aufgestellt. So, neue Zahlen zum Anbauverein, wo wir gerade dabei sind. Auch dazu gab es etliche Medienberichte. Manche Agenturen haben ein bisschen rumgefragt bei den einzelnen Bundesländern und den zuständigen Behörden, wie es jetzt dann aussieht, mit den Anbauanträgen erstmal. Und da kann ich mal ein paar Zahlen erzählen. Zum Beispiel in Hessen sind insgesamt bisher neun Anträge eingegangen auf eben Betrieb eines Anbauvereins. Die gehen davon aus, dass sie die Bearbeitungszeit von drei Monaten schaffen, sofern alle erforderlichen Unterlagen vorliegen. Das ist eben immer der Punkt, auf den die sich dann da zurückliegen können. Vorher ticken auch die drei Monate gar nicht, in denen die entscheiden müssen. Und die sagen auch, in der Regel liegen eben nicht alle Unterlagen vor. Und es geht jetzt darum, eben die Antragsteller zu kontaktieren, was da noch gebraucht wird und so weiter. Und deswegen wäre auch schwer zu sagen, wann die erste Lizenz in Hessen erteilt werden wird. NRW haben 43 Anträge, passend zum größten Bundesland, die größte Zahl an Anbauanträgen. Und allein 15 davon sind in Köln. Und da zum Beispiel wird auch gleich dazu gesagt, bei allen Kölner Anträgen sind die Unterlagen nicht vollständig. Und das gilt auch für fast alle anderen, die in NRW bis jetzt den Antrag gestellt haben. Diese 43, fast alle unvollständig. Und da muss noch nachgearbeitet werden. Baden-Württemberg so ähnlich. Und da sind es 38 Anträge. Und dann gab es noch einen sehr ergiebigen Kommentar in der Taz, wo es in erster Linie um die schräge Situation in Berlin geht. Ja, Berlin ist der einzige Bundesland, der überhaupt nichts geregelt kriegt, wo überhaupt noch nicht klar ist, wer zuständig ist. Provisorisch hat der Senat gesagt, die Bezirke sind zuständig. Die Bezirke sagen, wo wir nichts mit zu tun haben. Ja, wir sind nicht zuständig. Jedenfalls verarbeiten wir ja nicht. Ja, wir haben gar kein Personal dafür. Wir haben keine Kompetenzen dafür. Und der Senat soll es selber machen. Nun, jetzt stehen die Berliner Club-Anwärter da und wissen nicht, was sie damit anfangen sollen. Überlegen auch, ob sie eine Untätigkeitsklage irgendwann mal machen wollen. Und ja, wollen halt mal trotzdem Anträge reinwerfen. Gucken, was passiert. Und wenn nichts passiert, dann eben entsprechend agieren. Auf jeden Fall mal wieder trauriger Fail in Berlin. Die kriegen mal wieder nichts auf die Reihe da. Sind doch die Einzigen, die jetzt sagen, das war aber so kurzfristig alles und das ging viel zu schnell. Deswegen konnten wir das leider nicht machen. Und alle anderen Bundesländer, da können nur Berlin, kann das nicht. Unglaublich. Aber immerhin, ein Bezirk, Marzahn-Hellersdorf, der sagt, wir machen das jetzt mal, wir prüfen das ganze Ding. Die haben auch nur einen Antrag, der da eingegangen ist bis jetzt und sagen jetzt mal so, als gutes Leuchtturm, als gutes Beispiel gehen wir jetzt mal voran und sagen jetzt mal, wir bearbeiten dann den. Immerhin, ja. Also Leuchtturm, Marzahn-Hellersdorf haben auch selten gute Nachrichten über diesen Bezirk und gutes Image. Aber jetzt geht es los da. Und ja, genau, insgesamt sagt die Taz dann eben auch noch was über andere Bundesländer. Aber nee, erst mal Berlin insgesamt 15 Anträge. Also einer in Marzahn-Hellersdorf insgesamt 15. Und bundesweit jetzt 182 Anträge insgesamt. Das wollte ich noch sagen. Das haben wir nämlich so bis jetzt auch noch nie gehört. Bis jetzt hatten wir auch kein Medium irgendwie überall gleichzeitig nachgefragt und die aktuelle Zahl rausgehauen. Die ändert sich natürlich auch jeden Tag wieder. Aber die Taz hat auf jeden Fall 182 gemeldet. Immerhin, ist nicht schlecht, ja. Also da hätte ich gar nicht mit gerechnet unbedingt im ersten Monat, dass 182 Anträge bundesweit gestellt werden. Mal vorausgesetzt, die sind überhaupt irgendwie einigermaßen seriös sozusagen und nicht einfach irgendwelche Typen, die gesagt haben, oh, ich dachte, das geht jetzt. Sonst schreibt da so eine DIN A4-Seite hin, irgendwie mit Rechtschreibfehlern oder so. Ich hoffe mal, dass da nicht so viele dabei sind bei den 182. Wenn das ernsthafte Ansätze sind, dann ist das schon gar nicht so eine schlechte Zahl. Da hätten wir auch schlimmer laufen können. Wobei natürlich auch nicht die Tausenden von Clubs sind absehbar irgendwie, die man bräuchte, um wirklich relevant fast alle Konsumenten zu bedienen damit. Ja, dafür, wie gesagt, ist ja auch das Ganze gar nicht gedacht. Aber immerhin, wir sind ein Beitrag zur Versorgung. Und Genehmigungen als letzter Punkt. Nach wie vor hat kein anderes Bundesland außer Niedersachsen bis jetzt eine Genehmigung erteilt. Okay, aber immerhin, das ist die Neuigkeit. Sieben sind es insgesamt in Niedersachsen. Fünf wurden abgelehnt, sieben wurden stattgegeben. Ja, das ist natürlich schon wieder eine neue Zahl, neuer Hit sozusagen. Letzte Woche oder bis gestern war ich noch im Stand von drei Anbauvereinen in Niedersachsen, die da genehmigt worden sind. Jetzt sind es also offiziell sieben. So, aber jetzt zum nächsten Punkt. Wo viele jetzt auch sagen, lohnt es das überhaupt, so einen Antrag zu stellen, einen ganzen Aufriss da zu veranstalten, weil März wird ja sowieso die Legalisierung wieder zurückdrehen. Hört man jetzt immer wieder. Und eigentlich ist das auch gar keine Neuigkeit in dem Sinne. Aber ich sehe mich fast gezwungen, da schon wieder darauf einzugehen, weil ich da auch zu aufgefordert werde. Und weil immer wieder neue Leute da reinkommen, die das zum ersten Mal hören, irgendwie, dass die CDU da zurückdrehen will, das sagen die ja schon ewig. Jedes zweite Mal erwähne ich das dann hier auch irgendwie, weil alle nochmal hören wollen. Die CDU will das Gesetz zurückdrehen. Ja, hallo, nicht CDU wählen. Ja, habe ich ja schon mal erwähnt vielleicht. Ja, dass das vielleicht ein Fehler sein könnte. Die wollen euch weiter kriminalisieren. Die wollen die Clubs einstampfen letztendlich, den Eigenanbau zurückdrehen und die Konsummöglichkeiten der Öffentlichkeit, den Besitz wahrscheinlich auch. Also die wollen halt einfach genauso wiederjagen wie vorher. Ja, denen hat die ganze Reform irgendwie gestunken und die wollen wieder Repressionen veranstalten und Knüppel rausholen und so weiter. Wählt die nicht, die Leute? Ja, das ist einfach ganz klar. Und interessant auch, wie hoch die da Thema hängen. Also beim letzten Mal, als ich das erwähnt habe, es gab mal irgendwie zwei, drei Wochen her, da haben die über ihre Pläne geredet nach der Wahl, die sie ja selbstverständlich gewinnen werden, auch nach den aktuellen Umfragen ja tatsächlich gewinnen werden, wenn es dabei bleibt, was sie dann machen, die Top 10 Themen, die sie sofort irgendwie anpacken würden, wichtigste Themen ever auf der Welt, die sie sofort machen und da ist die Cannabiskriminalisierung dabei. Ja, damals hatten sie gesagt, sie werden in der ersten Kabinettssitzung nach der Wahl mit der neuen Regierung das Cannabis-Gesetz zurückdrehen. Damals war das der CDU-Geschäftsführer Linnemann, der gesagt hat, diese Woche hat Friedrich Merz nochmal wiederholt in so einem komischen Blogbeitrag oder so auf CDU.de und ging dann aber auch durch alle möglichen Medien. Er hat dann mal in einem Interview mit Welt am Sonntag gesagt, und wie die ganze Zeit, wie in sozialen Medien, hauen die CDU und die CSU auch andauernd irgendwas raus gegen Legalisierung, gegen die Ampelreform und so weiter. Das ist denen wahnsinnig wichtig, die ganze Zeit darauf rumzuhacken. Und ja, Merz macht jetzt halt auch nochmal, also nicht wirklich was Neues. Auch diese Verknüpfung, dass sie sagen, also es wird jetzt eine wahnsinns Drogenkriminalität in Deutschland getriggert durch dieses Gesetz. Diese Story versuchen sie jetzt auch irgendwie immer weiter aufzupuschen irgendwie, zusammen mit den Polizeigewerkschaften übrigens, die das ja auch behaupten. Einfach so aus dem Nichts irgendwie, die Ampelreform hätte den Schwarzmarkt gefördert, sagen die ja immer, und nicht zurückgedrängt. Aber völlig irgendwelche, völlig unbelastet, also unhinterlegten Behauptungen, die da raushauen. Also es gibt überhaupt keine Fakten, keine Untersuchungen, keine Studien, irgendwie die sagen, der Schwarzmarkt würde größer seit der Reform. Das sagen die einfach, weil sie das irgendwie denken, dass das logisch ist. Deswegen waren sie ja auch dagegen, weil sie das dachten. Aber das ist halt nicht so. Bloß wenn da jetzt irgendwie ein paar holländische Gangster in NRW mal eine Bombe hochgehen lassen bei irgendwelchen Konkurrenten, heißt das ja nicht, dass das jetzt ein neues Phänomen ist. Natürlich sind das kriminelle Leute, die da zugange sind, irgendwie in dem Markt. Genauso in Deutschland wie in Holland. Und auch in Deutschland gibt es schon seit Jahren irgendwie Morde im Drogenbereich. Irgendwelche Streitereien, die da irgendwie um Revier kämpfen, die da ausgetragen werden. Das ist jetzt kein holländisches Phänomen. Und wenn es überhaupt eine größere Kriminalität im Zusammenhang mit Drogen gibt in Holland als in Deutschland, hat es nichts mit Cannabis zu tun. Weil die Holländer im Durchschnitt nicht mehr Cannabis konsumieren als die Deutschen. Das heißt, der Markt pro Kopf ist da nicht größer, obwohl es Coffeeshops gibt. Und die Coffeeshops werden auch nicht legal beliefert bisher. Das ist genauso Schwarzmarkt wie bei uns, also genau das selbe Spiel. Hier wie da ein paar Kleingrower und ein paar wirklich schwer kriminelle Netzwerke, die da zugange sind. Soweit nichts, kein Unterschied. Wenn es einen Unterschied gibt, liegt es einem Koks an den großen Häfen. Einfach daran, dass Holland und Belgien die größten europäischen Häfen haben, wo die meisten Koks reinkommen, wo riesige Gewinnspannen drin sind. Und das ist das, womit halt diese Netzwerke stinkreich werden und sich jede Menge Soldaten letztendlich leisten können, die mit Knarren durch die Gegend laufen und hier mal irgendwo einen Sprengsatz anbringen, wenn einer denen 300 Cannabis schuldet. Aber zu glauben, dass jetzt auf einmal ein riesiger Markt in Deutschland entstanden ist und die internationalen Gangster sich jetzt alle darauf stürzen, ist halt völliger Blödsinn, völlig aus der Luft gegriffen. Und es ignoriert den Eigenanbau, der schon in Riesenumfang stattfindet, wo die Ernten jetzt auch da sind, wo Leute ihr eigenes Zeug rauchen und eben gar nicht mehr auf den Schwarzmarkt zurückgreifen. Beim letzten Mal, als ich das hier angesprochen habe, hat auch mal einer in die Kommentare geschrieben, also bei mir geht keiner mehr auf den Schwarzmarkt. Die ersten Herren sind da, ich rauche nichts anderes mehr, meine ganzen Freunde rauchen alle nichts anderes mehr. Und ich kenne auch einen Dealer, der jetzt wieder angefangen hat zu arbeiten, ganz tags vorher, der Halbtags gearbeitet, Halbtags gewählt. Jetzt lohnt sich das nicht mehr, jetzt geht er wieder arbeiten, wunderbar. Und dann habe ich das mal auf Twitter gestellt und um Kommentare gebeten. Und jede Menge Leute haben genau das geschrieben. Ich rauche jetzt mein eigenes Zeug, ich habe mit Schwarzmarkt nichts mehr zu tun. Nur ganz wenige, die gesagt haben, bei uns in der Gegend sehe ich jetzt keinen Unterschied, hat es schon nichts getan irgendwie. Die Anbauklubs sind noch nicht so weit. Aber unter dem Strich ganz klar, der Trend eindeutig irgendwie, Eigenanbau boomt, die bekloppt. Das sehen wir auch bei den Samenhändlern, das sehen wir beim Zubehörhandel und so weiter. Die Leute bauen ihr eigenes Zeug an. Und das erwähnt die CDU gar nicht als Faktor. Die sagen einfach nur, die Klubs sind ja alle noch nicht am Start, wir haben ja noch gar kein Gras, aber wir haben schon mal den Besitz legalisiert und deswegen natürlich boomt der Schwarzmarkt. Aber da hat da jetzt irgendwie Millionen von Leuten, oder jedenfalls hunderttausende irgendwie selber ihr Zeug anbauen, das wird überhaupt nicht erwähnt. Also schräg. Das ist einfach pur Populismus, was die da machen. Das kann man einfach nicht ernst nehmen. Das ist gelogen einfach. Das ist halt nur faktbasiert irgendwie. Das ist Trump-mäßiger Fake-News-Kram irgendwie. Aber es verfängt. Viele von den konservativen Medien, die das sowieso die ganze Zeit in den gleichen Ohren tuten, zusammen mit den Polizeigewerkschaften, hat sich irgendwie so eine Front gebildet, die irgendwie das schaffen, den Leuten da einzureden, irgendwie da was dran sein könnte. Und natürlich, da könnte das März zurückdrehen und die CDU. Also ein bisschen in die Szene rein, alle Leute, auch frustrierte Leute schon wieder, die sagen, ja gut, jetzt noch ein paar Monate, dann wird alles wieder zurückgedreht. Aber das wird nicht passieren so einfach. Weil die CDU kann nicht allein regieren. Das ist nicht absehbar von Wahlergebnissen her. Das wird sicherlich die größte Partei, so wie es aktuell aussieht bei der Wahl. Aber die brauchen einen Koalitionspartner. Mit der AfD werden sie nicht, wollen sie nicht. Das ist ja zum nächsten Jahr, glaube ich, da noch nicht dran. Das heißt, sie werden irgendeinen Ampelpartner brauchen aus den letzten Reihen der Ampel, SPD, FDP, Grüne, vielleicht auch zwei davon. Und dass ich mit denen zusammen das Ganze komplett zurückdrehen, mit dem ganzen Aufwand, der zusammenhängt, und all die Gesetze, die dafür geändert werden müssen, das sehe ich nicht, dass das einer von denen mitmacht. Vielleicht irgendwelche Kompromisse, um die Sache wieder ein bisschen anzuschärfen, sozusagen. Also im Sinne von, was weiß ich, die Bußgelder noch weiter erhöhen oder die Zahl der Mitglieder in den Clubs verringern. Ja, da gibt es ja viele Stellschrauben, wo man nochmal ein bisschen noch repressiver machen kann, als es ohnehin ja immer schon noch ist. Aber komplett zurückdrehen sehe ich nicht. Ja, das passiert. Kann ich mir schwer vorstellen. Also so viel dazu, zu dem Gelaber da wieder von der CDU. Was hängen bleibt, ist halt, wählt nicht die CDU, nicht die CSU. Ja, die wollen da zurückdrängen, die werden Theater machen und selbst, wenn sie nicht komplett zurückdrehen werden können, machen sie irgendwie alle Kirre irgendwie überall, macht sie schlechte Stimmung gegen das Gesetz, gegen die Konsumenten und so weiter. Dann heißt das, das wird man im Alltag merken, wieder die Stimmung wieder skeptischer wird, aggressiver wird oder auch stigmatisieren dagegen über den Konsumenten und vor allen Dingen droht eben doch eine Verschärfung, wenn auch keine Abschaffung des Cannabis-Gesetzes, doch eine Verschärfung und wir wollen ja eigentlich die Fehler des Gesetzes ausmerzen, also ausmerzen. Also Weiterrichtung, Liberalisierung, die ganzen immer noch unsinnig restriktiven Regelungen da rausholen, diese Besitz-Obergrenze für den Eigenanbau zum Beispiel, die Blödsinn ist ja und stattdessen, wenn alle die CDU wählen, müssen wir damit rechnen, dass er noch repressiver wird und dann wollen wir ja nicht. Also überzeugt alle möglichen Leute, mit denen ihr redet, ja nicht die CDU zu wählen, überhaupt zur Wahl zu gehen, ja zwar erst nächstes Jahr, aber fangt jetzt schon damit an. Ja, das wehret den Anfängen und so weiter, wehret dem März in der CDU. Das kann nur Ärger geben, wenn die die Wahl gewinnen. Naja, aber Grund zur Panik ist halt auch nicht angesagt. Was auch noch cool ist, ein Zitat, was er da gemacht hat, ist jetzt wieder irgendwie so ein neuer Claim sozusagen. Ich zitiere mal im März. Die Holländer, die den Konsum ja seit Jahren dulden, sind fassungslos über das, was hierzu in Deutschland gerade abläuft. Also alle Holländer sind fassungslos über die deutsche Ampel-Cannabis-Politik. Also ich habe das nicht jetzt so gemerkt. Also wenn ihr irgendwelche Medienberichte gesehen habt oder Demos von Holländern an der Grenze oder irgendwie oder irgendwelche Interviews von Holländern auf der Straße, die alle sagen, das deutsche Cannabis-Gesetz ist ja so ein Drama. Also die Holländer sind fassungslos, sagt der März. Fake News nehme ich mal an. Proof me wrong. So, Bayern. Das Gesetz, habe ich auch letztens schon berichtet, ja, das Gesetz verabschiedet worden ist und kommen wird. Jetzt ist es in Kraft getreten. Das Sonder-Bayern-Gesetz, kein anderes Bundesland hat ein eigenes Gesetz zur Cannabis-Bekämpfung und zwar, ja, um das böse Liberalisierungsgesetz wieder möglichst in die repressive Richtung zu drücken. Ja, macht kein anderes Bundesland. Und Bayern hat sich da in der Pflicht gesehen, seine CSU-Sache da durchzuziehen irgendwie und ganz grob gesagt nochmal den Inhalt zusammengefasst. Und dieses Gesetz verbietet den Konsum von Cannabis in Gastronomie, Biergärten und Co., ja, in jeder Gastronomie und bei Volksfesten, womit zum Beispiel Oktoberfestverein raus ist. Die Veranstalter vom Oktoberfest müssen sich da selber keine Gedanken mehr darüber machen. Die CSU hat das für sie geregelt, jetzt sowieso verboten und eben auch bei allen möglichen Kirmes- und Schlützenfest und sonst was. Für Veranstaltungen muss jetzt niemand mehr drüber nachdenken. Bayern hat es verboten und die Kommunen haben bei anderen öffentlichen Plätzen und so weiter die Möglichkeit, auch da den Cannabiskonsum zu verbieten. Genauso, ja, übrigens muss man auch dazu sagen, wie Kommunen auch an bestimmten Plätzen die Möglichkeit haben, Alkoholkonsum zu verbieten. Da muss man auch dazu sagen, insofern jetzt nicht völlig abwegig die Idee, aber trotzdem, ja, Richtung Repressionen, alles was da rauskommt irgendwie, was die da veranstalten, hat damit zu tun, wieder noch irgendwelche Hebel zu finden, wie man repressiver damit umgehen kann. Aber es gibt eben auch Widerstand. Ich habe da letztes Mal schon berichtet, ich glaube, es war Kaufbeuren, auch irgendwie in einem bayerischen Städtchen, wo eigentlich die in der Stadtverwaltung noch repressiver sein wollten irgendwie, als das sowieso schon in Bayern jetzt gilt und die anderen dann mal gesagt haben, nee, jetzt reicht das mal, Jung, jetzt kriege ich mal wieder ein und auch die CSU-Leute selber haben ihren eigenen Typ da irgendwie an die Wand laufen lassen und gesagt, ey, das reicht jetzt. Und in München sieht man jetzt auch die Gegenbewegung, da formiert sich Widerstand, insbesondere von Grünen, die in München selber scheinbar auch in der Stadt ein bisschen was zu sagen haben und im Kreisverwaltungsreferat auch gut aufgestellt sind und die sagen eben, sie wollen gucken, ob man nicht in der Stadt mit dem Bußgeldkatalog der Stadt und im Vorgehen der Stadt mit dem Bußgeld halt einen eigenen Bußgeldkatalog aufstellen und den angleichen mit Alkohol, weil die eben auch Beispiel bringen, wer in Sichtweite einer Schule kifft, dafür könnte ein Bußgeld für 500 Euro kassiert werden und wer dort Alkohol trinkt, wo es verboten ist, wird lediglich 75 Euro Bußgeld aufgerufen, 75 Euro für Alkohol an der Stelle, wo es verboten ist, 500 Euro für Cannabis an der Stelle, wo es verboten ist und wenn es nachts an der Schule ist, wo kein Mensch drin ist. Ja, das haben sie ja vollkommen recht, ist total unverhältnismäßig und sagen das auch mal so und versuchen eben auch in München da zumindest kommunal an den ganzen Repressionswahn der CSU da irgendwie was entgegenzusetzen. Ja, soweit dazu. Dann mehr medizinisches Cannabis aus Deutschland. Auch eine spannende Nachricht, die jetzt diese Woche irgendwie sich zusammengebraut hat, angefangen mit der Nachricht von Demikern, eine dieser drei Firmen, die in Deutschland medizinisches Cannabis anbauen dürfen, dass sie jetzt unbegrenzt anbauen dürfen, weil diese Politik mit den Lizenzen und Losen, die da vergeben worden ist, die bezogen sich eben auf das alte Gesetz und die durften nur eine ganz bestimmte Menge anbauen, eine Tonne ungefähr, jeweils, ich glaube eine Firma ein bisschen weniger pro Jahr und Demikern darf jetzt unbegrenzt Cannabis anbauen und dann kam nach und nach raus, auch Aurora hat diese Lizenz, die zweite Firma und auch Tilray hat die Lizenz. Das habe ich jetzt gerade eben erst nochmal geguckt, weil ich dachte, wenn die beiden das haben, dann haben die anderen das doch bestimmt auch. Also alle drei Produzenten von medizinischem Cannabis in Deutschland haben jetzt eine Lizenz, unbegrenzte Mengen von Cannabis anzubauen, wie sie das gerne möchten, so wie halt andere Pharmakonzerne auch unbegrenzte Mengen von was bei sich Aspirin herstellen dürfen, so wie sie es eben am Markt unterbringen. So ist das jetzt auch bei Cannabis in Deutschland. Riesenfortschritt auch wirtschaftlich für Deutschland, wo wir immer schon gesagt haben, schon 2017, als das Gesetz entstanden ist und ich zum ersten Mal gehört habe, wie viel Cannabis sie da ausschreiben wollen von der Bundesregierung aus, gesagt habe, das ist viel zu wenig. Ja, was soll das? Wir wollen doch irgendwie auch wirtschaftlich davon profitieren jetzt, warum nicht? Warum soll das jetzt aus dem Ausland kommen, das ganze Zeug, das macht überhaupt keinen Sinn? Naja, es war jetzt lange so, es war tatsächlich auch so, dass der deutsche Beitrag sozusagen an der Produktion ziemlich klein war und am meisten halt importiert wurde, aber jetzt kann auch eben in Deutschland zumindest juristisch, gesetzlich und so weiter mehr angebaut werden und mit viel weniger Bürokratie und auch eben, wie gesagt, mengenmäßig unbegrenzt, wobei Aurora auch gesagt hat, die haben zwar die Lizenz, aber sie machen das gar nicht vorerst, sie haben gar nicht vor, den Anbau auszubauen. Wahrscheinlich hat Aurora in Kanada noch so viele Tonnen Gras irgendwie in Lagern rumliegen, irgendwie was sie erstmal importieren, irgendwie als Gesamteuropa weltweit, sie dann sagen, jetzt noch mehr Anbau macht keinen Sinn, jetzt lassen sie erst mit alten Zeug da, oder vielleicht sicherlich auch noch gutes Zeug, da wird schon nicht abgelaufen sein oder so, noch verticken irgendwie erstmal, bevor wir jetzt weiter über Anbau nachdenken, während die anderen tatsächlich die Vergrößerung des Anbaus in Betracht ziehen, also Demikon spricht ganz konkret von der Verdopplung der Produktion auf zwei Tonnen und bei Tilray ist sogar die Rede davon, auf fünf Tonnen letztendlich zu gehen, also das ist schon ein Riesenfortschritt und wesentlich mehr Cannabis-Produktion in Deutschland, was sicherlich auch zu einer stabileren Versorgung beitragen wird der Patienten in Deutschland, aber eben auch mal ähnlich auch ein bisschen den Wirtschaftsfaktor mitgenommen von Cannabis, dass da in Deutschland auch mal ein bisschen was passieren darf. was auch interessant ist und die dürfen jetzt direkt an die Apotheken verkaufen, bis jetzt war das so, da hat eine Firma in Frankfurt von den Sons-Brüdern den Monopol gehabt hat, warum auch immer, ja, die hatten einen Monopol, deutsches Gras zu verkaufen, an die Apotheken zu vertreiben, weil das ja erstmal zentral über die Cannabis-Agentur irgendwie passieren musste, also da mussten zumindest formal, theoretisch, mussten die Hersteller alles erstmal der Agentur zur Verfügung stellen, die dann wiederum für den weiteren Vertrieb gesorgt hat und das hat eben dieses Frankfurter Unternehmen gemacht und die sind jetzt raus aus dem Spiel, weil die drei Anbau-Lizenzfirmen direkt an die Apotheken vertreiben können, auch nochmal ein interessanter Nebenaspekt bei der ganzen Angelegenheit. Zum nächsten Punkt, auch eine FAQ, ja, immer noch irgendwie extrem CSD, immer 3,5 Nanogramm THC-Grenzwert für den Straßenverkehr, das sah ja alles schon so erledigt aus und ist ja auch nach wie vor so, also alle politischen Entscheidungen sind gefallen bis zum Bundesrat, allerdings ist das jetzt schon bald einen Monat her und normalerweise geht es dann eben noch über Steinmeiers Schreibtisch zur Unterschrift und dann zur Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt und dann rucki zucki ist das dann soweit. Letztes Mal hat das nur ein paar Tage gedauert beim Cannabis-Gesetz im April, bis das soweit war, bis das veröffentlicht war und galt und das ist auch immer mal wieder so, da hat ziemlich schnell Sachen, wenn der Bundesrat durch ist, dass das dann rucki zucki da ist. Dann habe ich letztes Mal hier schon gesagt und berichtet, ja, wieder eine Neuigkeit, was auch kein Mensch vorher irgendwie bedacht hat oder wusste überhaupt, na, dass das nochmal für eine Urschrift an das federführende Ministerium geht, die also nochmal alles Rechtschreibung gucken und so weiter, ja, keine inhaltlichen Veränderungen natürlich machen, dann geht das nochmal beim Olaf über den Schreibtisch, beim Bundeskanzler und dann erst zum Steinmeier, zum Bundespräsidenten und dann zur Veröffentlichung und irgendwie, ja, ist da dann wochenlang nichts passiert und nach zwei Wochen haben wir dann mal spekuliert, ja, woran mag das liegen? Wissing ist wahrscheinlich das Wahrscheinlichste, weil da zumindest irgendwer nochmal reinguckt in das Gesetz oder so, ja, während die anderen mehr oder weniger nur unterschreiben, nehme ich mal an, beziehungsweise bei Steinmeier gibt es ja noch eine verfassungsmäßige Überprüfung, ob das Gesetz der Verfassung entspricht, aber das ist ja natürlich tut es das, das war kein Thema die ganze Zeit, sonst hätte die CDU das schon fürchterlich hochgefahren, wenn die irgendeinen noch den kleinsten Ansatz gehabt hätten, dass es irgendwie verfassungsfähig gewesen wäre, hätten sie das gezogen und probiert und behauptet und so, aber haben sie ja nicht, also das ist abwegig, da wird nichts mehr passieren, aber scheinbar Wissing, da haben wir dann auch schon wieder getwittert und gesagt, hier, was ist los, Wissing-Anzug oder was, da auch angefragt offiziell dann beim Ministerium, hatten dann die Antwort bekommen, dass es jetzt da durch ist, allerdings erst am 22. Juli und damit also über zwei Wochen nach dem Beschluss im Bundesrat war es dann erst soweit, dass das Verkehrsministerium das überhaupt weitergegeben hat Richtung Olaf Scholz und jetzt haben wir aber die Nachricht, das hat Tasse Zuliak gepostet, Redakteur von LTO Online, der auch kurz nochmal nachgefragt hatte, Ende Juli, jetzt, ihr seid in Steinmeiers Büro angekommen, das Ding, der im Urlaub ist gerade, und dann wieder die Frage ist, unterschreibt er selbst oder unterschreibt irgendwie die Stellvertreterin, wie letztes Mal war Frau Schwesig, die dann unterschrieben hat, aber das ist bis heute nicht veröffentlicht worden, fast einen Monat nach dem Beschluss, jetzt wird viel spekuliert, ob jetzt doch irgendwie noch irgendwelche Probleme auftauchen und ob das jetzt der Steinmeier doch nochmal wegen Verfassungswidrigkeit anhält oder was da los ist oder ob die das irgendwie verschwinden lassen hat, Gesetze oder so, irgendwelche paranoiden Vorstellungen sind da schon wieder unterwegs, aber ich glaube, das ist alles Quatsch, ich sehe nicht, wie das bis jetzt aufgehalten werden kann, das geht nicht, das ist beschlossen, fertig, das ist nicht verfassungswidrig, das wird kommen, das ist einfach wirklich nur eine Frage der Urlaubszeit, alles andere kann man nicht vorstellen, als was verzögert ist und die Hälfte der Beamten da alle weg sind und so weiter, dass es halt mal ein bisschen länger dauert, was natürlich ärgerlich ist, weil das ein riesen wichtiger Punkt ist, weil jeder Tag ein Risiko ist, wenn die Leute Autofahren mit irgendwie konsumiert, gestern noch vorgestern irgendwie und trotzdem 1,1 Nanogramm noch befürchten müssen im Blut, wo sie mit 3,5 wirklich fein raus sind, nicht alle, aber viele und dann wird das so verzögert über den ganzen Monat, ja, das ist natürlich super ärgerlich, aber ist trotzdem, glaube ich, nicht mehr als Urlaubszeit und das wird auf jeden Fall passieren und ich gehe davon aus, dass es nächste Woche wohl soweit sein dürfte. Jetzt ist es ja beim Steinmeier und ja, wahrscheinlich nächste Woche. Jetzt scheine ich mich nicht dafür, wenn es nicht nächste Woche ist, aber lange wird es nicht mehr dauern. Stecklinge, da hat Halle jetzt mal eine Woche Pause. Letzte Woche habe ich von Halle berichtet, wo die Polizei da von unserer Ortsgruppe die Stecklinge beschlagnahmt hat, weil die die verschenkt haben auf dem Markt oder verschenken wollten. Da ist Ruhe an der Front, da wissen wir immer noch nicht, was denen vorgeworfen wird. Die haben nichts Schriftliches, keine Vorwürfe, auch keine Einstellung des Verfahrens. Das dümpelt da irgendwie so vor sich hin. Aber trotzdem haben die Stecklinge schwere Zeiten in Bayern diesmal an zwei verschiedenen Punkten. Und eigentlich dachte man auch schon, das ist durch mit dem Thema Stecklinge. Ist egal, die einzuführen, zu verschenken, anzubauen, zu verkaufen als mögliche, weil Vermehrungsmaterial ist damit kein Cannabis, damit nicht verboten. Und ja, in Halle haben die ja behauptet, die sind schon Pflanzen, wenn Erde dran ist. Aber auch Beispiel Bayern war immer gut zu nennen, weil da hat sogar die Bayerische Staatszeitung davor gewarnt, dass demnächst überall Stecklinge verkauft werden, weil das eben jetzt nach dem Gesetz legal ist. Die haben gesagt, das war ein handwerklicher Fehler. Aber das kann man natürlich sogar so sehen. Aber das ist jedenfalls erlaubt, das hat selbst die Bayerische Regierung gesagt. Und jetzt gibt es aber auch in Bayern wieder Theater. Einmal, weil auf einem Festival Stecklinge beschlagnahmt worden sind, wo wieder mal Wenzel Civerny, der immer ständig in Bayern auftaucht mit irgendwelchen provokativen Geschäftsgebaren Sachen, der eben zum Beispiel in Bayern auch massenhaft Stecklinge vertickt hat, schon in einem Laden, auch ein Beispiel dafür immer gewesen ist, von wegen, ja klar ist das legal, selbst die Bayern lassen ja den da in Ruhe, irgendwie mit den tausenden von Stecklingen, die er da verkauft in seinem Laden. Damit ist die Sache doch eigentlich geklärt. Und genau der hat aber jetzt auf dem Festival Pflanzenbeschlagnahmt gekriegt und hat es dann witzigerweise am nächsten Tag hat er dann Plastik-Handpflanzen dahingestellt an seinen Stand, der ganze Stand damit vollgepflastert und dekoriert und sind wiedergekommen und wollten die Beschlagnahmen und haben dann erst in der letzten Sekunde gemerkt beim Abschneiden so, das ist ja keine echte Pflanze, das ist ja Plastik und haben sie in Ruhe gelassen an dem Tag. Naja, mal sehen, wie das jetzt da weitergeht. Aber es gibt noch einen weiteren Fall aus Bayern und zwar aus Augsburg. Da ist ein E-Kiosk aufgetaucht, wieder so ein aus Formatending irgendwie, wo es wohl auch Stecklinge gab und den haben sie ausgeräumt, die ganzen Stecklinge mitgenommen, also zwei Aktionen diese Woche gegen Vertrieb von Stecklingen in Bayern. Also auch ein Thema, was noch lange nicht durch ist. Was man jetzt mit Stecklingen genau darf und was man nicht darf. Und noch eine verrückte Geschichte, das ist auch ein richtiger Aufreger, da ist eine Anzeige gemacht worden, bei Röhnkanal, irgendwie im Landkreis Röhn-Grabfeld. Da sitzt ihr irgendwo in eine Wohnung rein und haben da ein Mäppchen mit, mir ist ja ein bisschen Hasch gefunden, zwei, drei Gramm oder so, das ging nicht um die Menge. Aber das Mäppchen war offen, zugänglich und der Freund von der Frau war da, der Mäppchen gehört hat und der wäre da dran gekommen, der lag einfach offen auf dem Bett. Das war nicht gesichert gegen den Freund und war zugänglich für den. Der hätte da dran gehen können, der hätte sich selber mit ihm nun rauchen können. Also Skandal. Und deswegen hat die jetzt eine Anzeige am Hals, weil sie eben nicht sachgemäß das Cannabis gesichert hat. Und da denkt man sich, wie jetzt wenn der Freund da ist in der Wohnung oder könnte ja auch für Verheiratete gelten oder so, Bedarfsgemeinschaft, was weiß ich. und dann soll er, das muss doch gehen da irgendwie, dass das da jetzt ist. Vor allen Dingen, wenn die dabei ist. das hat nicht dann schon eine deswegen eine ausreichende Sicherung, wenn die da ist irgendwie und mitkriegt, wenn er was rausnimmt. Aber nein, da kriegt er erst mal eine Anzeige gekriegt. Und dann guckt man ins Gesetz und denkt sich, was steht da jetzt nochmal genau dazu? Da steht doch nur was von Kindern, was man für Kinder sichern muss. Und tatsächlich ist die Formulierung aber nicht ganz klar. Da steht, man muss, das Cannabis in seinem Besitz ordnungsgemäß gegen den Zugriff Dritter sichern. Insbesondere vor Kindern und Jugendlichen. Also stimmt sowohl, dass Kinder und Jugendliche da genannt sind, irgendwie, vor denen man das sichern muss. Aber nicht nur, sondern insbesondere. Das heißt, wenn jetzt irgendwelche Polizeibehörden wollen und Staatsanwälte irgendwie unbedingt Theater machen wollen, wie in Bayern, ja, irgendwie hardcore gegen Cannabis, können die jetzt auf die Idee kommen, eben immer, wenn irgendwo Cannabis in der Wohnung so liegt, in irgendwelchen Döschen irgendwie offen, sichtbar oder so und nicht, was weiß ich, im Tresor, im Schrank oder im Versteck hinter dem Bild an der Wand oder so. Das hat dann immer eine Ordnungsfähigkeit ist, wenn man nicht ordnungsgemäß gesichert hat gegen Dritte. Also, man kommt jede Woche wieder irgendwas Neues, ja, nach einem halben Jahr irgendwie berufsmäßigem Umgang mit dem Scheiß, denken die sich immer noch was Neues aus, wo man noch nicht drauf gekommen ist, wie sie noch irgendwie mehrere Pressionen da reinbringen können. Auch da bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht. Falls ihr jetzt zufällig diejenigen seid, die da betroffen sind, ja, könnt ihr euch mal melden bei uns. Vielleicht kann man was machen, keine Ahnung, was ein Anwalt dazu sagt. Kommt auch drauf natürlich an, was jetzt da kommt. Ja, vielleicht stellen sie ein Verfahren ein, vielleicht gibt es aber auch eine riesige Geldstrafe oder so, das ist natürlich dann ein wesentlicher Unterschied. Wenn das einfach einstellen, wird man nicht viel dagegen machen können, aber mal sehen, wie das weitergeht. Also schön, schön Tresor und so, ja. So, wo wir gerade dabei sind, von wegen schwerkriminellen Handlungen und so, kommt immer die Frage, was jetzt mit meinen Pflänzchen ist. Das habe ich jetzt eine Weile nicht mehr berichtet. Manche von euch haben auch gar nicht mitgekriegt, dass ich noch einen zweiten Anbau angesetzt habe, zu Hause auf meinem Balkon, weil der erste in meinem Garten tatsächlich weg ist, der ist vertrocknet. Das Video, wo ich das einpflanze, haben wir wahrscheinlich zwei Millionen Leute gesehen oder 200.000 oder so, auf jeden Fall viele. Und da habe ich einfach mal so Samen in die Erde geklatscht irgendwie und einfach nur, um den Vorgang zu zelebrieren. Aber ich hatte danach so viele Termine, dass ich zwei Wochen nicht im Garten war und war zufällig sonniges Wetter und hat nicht geregnet und da sind die Pflanzen vertrocknet. Es geht ja hier auch darum zu sagen, welche Fehler man alle machen kann und was man vielleicht alles vermeiden sollte sozusagen und das erste Learning für diejenigen, die wirklich so total Low-Level machen, mal ausprobieren wollen, wie ich. Hieße eure Pflanzen? Ja, sonst wird das nichts, sonst vertrocknen wir mich. Naja, das ist ja wirklich dann auch eine Sache, das soll ja hier keine professionelle Grow-Reschichte sein. Wer das will, muss woanders gucken. Da gibt es natürlich jede Menge Experten, die wirklich Experten sind und die euch das wirklich erklären können, wie ihr perfekte Pflanzen habt und wie ihr perfekte Ernte habt und das beste Zeug und bla bla. Aber mir geht es einfach nur darum, da so ein bisschen rumzuspielen damit, weil ich das jetzt darf sozusagen, als politisches Zeichen sozusagen auch. Und wenn dann am Ende ein paar Gramm bei rauskommen, freue ich mich und wenn nicht, dann mache ich das halt nächstes Jahr wieder. Und vor allen Dingen will ich nicht viel investieren und ich will Sonne an meinen Pflanzen haben und nicht Lampe. So, habe ich heute zu Hause meinen nächsten Grow angesetzt, drei Pflänzchen in die Erde, wie letztes Mal, nur zu Hause sozusagen und gleich in große Töpfe gepackt und die sind tatsächlich alle drei aufgegangen und gewachsen und eine davon hatte Mehltau jetzt. Also jedenfalls irgendwie so einen weißen Klubus da dran irgendwie. Ja, so wie, was weiß ich, tatsächlich wie ein bisschen ein nasses, dreckiges Mehl irgendwie so da drauf geregnet oder wie auch immer. Ja, weiß ich nicht, meine meisten von euch wissen wahrscheinlich, was Mehltau ist. Auf jeden Fall die ganze Pflanze voll mit dem Zeug. Die war sowieso sehr mickrig irgendwie. Ich weiß gar nicht mehr, welche Sorte das war. Wenn ihr das wissen wollt, gerne mal nachgucken. Auf jeden Fall sind es die gleichen Sorten gewesen wie beim letzten Mal. Und die habe ich jetzt entsorgt. Ja, für die Frage, ja, was ist jetzt überhaupt irgendwie sachgerechte Entsorgung? Da war natürlich jetzt natürlich auch kein rauchbares Material dran. Das war natürlich jetzt erst mal noch einfacher, dass ich keine Gedanken machen musste, dass jetzt irgendwer irgendwelche Blüten aus dem Müll holt oder so und das dann raucht und vollkommen breit nicht mehr auf sein Leben klarkommt oder so, sondern einfach eine Mehltau-Pflanze. Die habe ich ganz normal in Biomüll geschnibbelt und dann war es weg und fertig. Na, ich denke, das war auch rechtlich in Ordnung so. Ist ja dann auch vermischt mit Müll und als Privatmensch reicht das meiner Meinung nach aus, um anständig zu entsorgen. Wenn man einfach mit einem normalen Müll vermischt und dann, ja, wer will das jetzt dann auch rausfummeln, na, das ist ja Blödsinn. So, und die anderen beiden sehen aber ganz okay aus. Ja, und eine von denen hat schon deutlich angefangen zu blühen und zumindest bei der kann ich wohl davon ausgehen, dass die ein paar Gramm abwerfen wird, wenn jetzt nicht noch irgendwelche weiteren Katastrophen passieren. Bei der anderen bin ich mir noch nicht so sicher irgendwie, die ist so oder irgendwas dazwischen den beiden. Aber mit ein bisschen Glück kommt auch da was rum und die Investitionen, die ich hatte, waren wirklich nur die Samen. Ich habe relativ viel Geld sogar für Samen ausgegeben mit 90 Euro, aber mal angenommen, da hängen jetzt irgendwie 10 Gramm dran oder 15 insgesamt an meinen drei Pflanzen. dann ist das ja schon gelohnt irgendwie wunderbar. Und ansonsten reicht mir das erstmal. Ich habe ja auch andere ganz gute Quellen und rauche auch gerne Hasch, auch nicht schlecht. und so ein Anbauverein werde ich mir wahrscheinlich auch irgendwann aussuchen. Naja, aber jedenfalls ein bisschen Schwarzmarkt verdrängen werde ich schon mal mit meinem eigenen Anbau auf dem Balkon. Wahrscheinlich, wenn das so weitergeht. Und wer wirklich mehr rausholen will, wer sagt, ich konsumiere mehr, ich will mehr einsparen und ich mache das auch Indoor, weil ich keinen Balkon habe, weil ich Lampen und Lüfter und bla irgendwie und so weiter investieren muss, ja, dann will ich auch was rauskriegen und dann müsst ihr mehr gucken, wie ihr das macht. Logischerweise, ja, dann müsst ihr euch mehr erkundigen, was ihr da beachten müsst und was für Probleme auftauchen könnten, wie ihr damit umgeht und so weiter. Dann guckt euch andere Experten an. Ich bin kein Experte dafür. Ich bin nur derjenige, der mal ein paar Sachen zeigt, was schief gehen kann. Mehltau zum Beispiel. So, genug Bilder davon habt ihr wahrscheinlich gesehen. Ich melde mich wieder, wenn was passiert. Das nächste Thema regt mich tierisch auf. Putin tauscht Auftragsmörder gegen Gummibärchenmann. Das ist ja einfach nicht zu fassen. Jetzt haben wir auch noch den Auftragsmörder aus dem Tiergarten dem Putin gegeben. Den wollte er immer schon haben. Der hat schon letztens, als der Austausch gegen die Gweiner passiert ist, da habt ihr ja wahrscheinlich ein paar von euch noch grob im Kopf, dass so eine US-Basketballerin in Russland festgenommen worden ist, weil die irgendwelche Kartuschen mit Cannabis Lösungen dabei hatte, so zum Dampfen, irgendwie vapen. Ich glaube, dass das nur CBD war, weiß ich aber nicht ganz genau. Auf jeden Fall halt so ein bisschen Eigengebrauch Dampfe. Vermutlich illegal in Russland, vermutlich einen Verstoß, aber auf jeden Fall für Jahre in den Knast gesteckt. Und da wollte Putin dann einen internationalen riesigen Waffenhändler dafür haben, der jede Menge dreckige, riesen Waffendeals irgendwie eingestiehlt hat und so weiter. Und irgendwelche Schurkenstaaten da mit irgendwelchen Raketen bedient hat und so weiter, mit denen er zusammen gearbeitet hat. Und dann wollte er den wieder haben und hat den gegen die Gweiner und ein paar andere ausgetauscht. Da war da schon so ein unglaublicher Vorgang irgendwie. Und da wollte er schon unbedingt den Auftragsmörder auch wieder haben aus dem Tiergarten. Ja, weil der ist halt hier verurteilt worden, dem ist nachgewiesen worden, dass er irgendeinen Tschetschenen erschossen hat im Berliner Tierpark im aufwendigen Prozess mit Anhörung von zig Zeugen und so weiter war der Gericht am Ende überzeugt. Ja, das war der, der hat den erschossen, das ist ein Mörder und er hat einen Auftrag des Staates gemacht, Russland. Und den wollte Putin unbedingt wieder haben. Und das ist kein Einwegmörder, das ist ein Mehrwegmörder, kann den nochmal gebrauchen, will den wieder verwenden, braucht den nochmal. Und man hat alles drangesetzt, den damals schon wieder zu kriegen, hat er nicht gekriegt und hat Leute gesammelt jetzt so. Gut, dann müssen wir nochmal ein paar Leute verhaften, jetzt haben wir den Waffentyp, machen wir es wieder so. Und dann haben sie ja letztens irgendwie diesen Typ an der Grenze festgenommen, der sechs Gummibärchen dabei hatte und gesagt hat, er kann im Flugzeug besser schlafen, wenn er die vorher ist, da mit THC drin. Auch für Jahre in den Knast gesteckt, den Typ und etliche andere noch, irgendwelche Leute verhaftet wegen Spionage und so. Auch russische Dissidenten dabei, die eigene Opposition, die dann der Westen auch netterweise mit rausgekauft hat, sozusagen, einen riesigen Gefangenenaustausch-Deal, der diese Woche gelaufen ist. Habt ihr vermutlich auch was von gehört, alle Medien waren voll davon in den letzten Tagen. Unglaublich, dann sammelt er da irgendwelche totalen, kleinen, einfachen Leute ein und dann hängt denen da irgendetwas an und ja gut, war in dem Fall sicher ein Verstoß, da ist halt verboten in Russland, aber dann gleich so jahrelang im Knast und möglichst hohe Strafen, damit der möglichst viel wert ist, damit der Druck auf Deutschland und die anderen westlichen Staaten möglichst groß ist, diese armen Leute aus dem Knast wieder rauszuholen und dann am Ende auch einen Mörder rauszutun dagegen irgendwie im Austausch. Der Diktatorkumpel von Putin, Lukaschenko in Weißrussland, hat auch noch einen mit in den Topf geworfen, hat irgendeinen deutschen festgenommen, gesagt, er ist ein Spion und der wird zu Tode verurteilt, der hat Todesstrafe und vor ein paar Tagen haben sie dem die Todesstrafe aufgedrückt und dann hat er den mit in den Pool geworfen, guck mal, ich habe ja noch einen Todeskandidaten, das ist bestimmt viel wert, ich habe den gerade verurteilt, und dann hat er den gleich wieder begnadigt ein paar Tage später und den mit ins Paket geworfen sozusagen und ja, jetzt hat Putin seinen Auftragsmörder wieder, muss total frustrierend sein für die Leute, die irgendwie diesen Prozess organisiert haben gegen den und ganze Indizien gesammelt haben, ganze Beweise und der ganze Aufwand, ewig langer Prozess und so und wirklich einen Staatsmörder, den sie gekriegt haben, endlich mal irgendwie, das hat mal so was gelingt, denen das auch nachzuweisen und dann holt sich Putin wieder und tauscht den gegen einen Gummibärchen-Typ ein, ist echt nicht zu fassen und der Putin hat ihn auch nett begrüßt irgendwie am Flughafen, als er endlich wieder da war, schön die Arme genommen und so, im Auftragsmörder, Brudi, bist wieder da, super, guck hier, hast du nächsten Auftrag, unglaublich, echt nicht zu fassen, naja, also, vielleicht meidet man solche Länder auch einfach besser. Blockchecking, kleiner Hinweis, in Berlin, ein Jahr lang, ist jetzt der Blockchecking am Start, was noch eingestiehlt worden ist, von R2G, Rot-Rot-Grün, damals, bevor dann, jetzt die CDU Berlin übernommen hat, mit der GIFI-SPD und das ist ein sehr erfolgreiches Projekt gewesen, wie auch zu erwarten, war natürlich, 1818 Proben wurden insgesamt untersucht und es konnten nicht alle angenommen werden, die Nachfrage war die ganze Zeit schon größer als das Angebot und die Kapazität im Labor und diese Annahmestellen und so weiter, 785 Proben mussten abgelehnt werden, 1800 sind angenommen worden, also, von allem, was da war, gut zwei Drittel konnten sie machen, aber fast ein Drittel mussten sie eben auch ablehnen, also, eigentlich wird jetzt schon angesagt, irgendwie die Kapazitäten zu erhöhen, mehr zu machen, weil das ja auf jeden Fall ein super sinnvolles Projekt ist, zumal eben auch 848 Warnungen ausgesprochen worden sind, also fast bei jeder zweiten Probe war zu viel vom Wirkstoff drin, gefährlich viel oder es war mit irgendeiner anderen Substanz gestreckt oder es war überhaupt komplett gleich eine ganz andere Substanz, als es irgendwie beim Verkauf angesagt worden ist und davor wird dann eben gewarnt und das ist absolut sinnvoll, den Leuten zu sagen, ey, das ist nichts, schmeiß das weg. Am häufigsten wurde MDMA getestet mit 453 Proben für Amphetamin, Kokain, aber auch Ketamin, das waren so die häufigsten Substanzen und auch das Alter der Leute war sehr unterschiedlich, drei Viertel waren unter 40 und der älteste Kunde war ein 76-Jähriger der da sein Zeug hingebracht hat und hat gesagt, hier, check das mal. Und jetzt aber umklaut, ob das weitergeht in Berlin mit dem Drugchecking, wir haben wie gesagt ja jetzt kein RZWG mehr, sondern eben CDU, SPD-Regierung und ob die weitermachen damit und das Projekt weiterfinanzieren, ab nächstes Jahr ist das halt ungeklärt, da müssen neue Mittel eingestellt werden und ja, kann man nur hoffen, dass die das machen, falls ihr irgendwie Berliner seid, ja könnt ihr denen ja mal schreiben, den Parteien, CDU, SPD, dass ihr das weiterhaben wollt, dass ihr das sinnvoll findet, auf jeden Fall ist nicht sicher, ob das geht, ob das klappt, wieder mal ein Punkt mehr, ja wählt keine CDU, sondern die anderen, damit das von Anfang an klar ist, dass so ein Projekt weitergeführt wird, absolut sinnvoll. Und dazu passend noch eine Nachricht, die ich auch unfassbar finde, auch wenn es jetzt um andere Drogen geht, aber es passt einmal so geil da rein irgendwie und es muss erwähnt werden, in Rotterdam sind schon vor vier Monaten 3,2 Tonnen Crystal Meth schlagnamt worden, Hafen wieder, ne, großer Hafen, ich habe es ja gesagt, da kommt das große Zeug rein, da kommt das große Geld rein und das macht die Gangster, weil die da irgendwie gut dran verdienen und so weiter, ansonsten, ja nicht wegen der Coffeeshops jedenfalls, Egal, auf jeden Fall wird offensichtlich jede Menge Crystal Meth nach Europa importiert oder exportiert von irgendwo her, tonnenweise 3,2 Tonnen, das sagt uns erstens, das wird auch in großem Umfang in Europa konsumiert und in den Markt gedrückt, aber vor allen Dingen, was hier jetzt wichtig ist, die haben ewig gebraucht, das Zeug zu entsorgen, weil sie, weil dazu schadstoffbelastet war, da war Kupfer drin und PFAS, dieses Zeug, dieses Beschichtungszeug, was in Pfannen drin ist und allen möglichen Sachen in beschichtigtem Papier, so Burgerpapier oder also fettabweisende Beschichtungen an irgendwelchen Sachen, da sind diese PFAS, viele in Diskussionen auch, ob das, wie, dass das eben krank macht, sozusagen, und dass man eine Pfanne, die da mit beschichtet ist und abgekratzt ist, dass man die nicht mehr benutzen soll, weil das so schädlich ist und so weiter und von dem Zeug war jede Menge irgendwie in dem Crystal drin da, also was eine Sauerei, also unglaublich, dass das überhaupt dann irgendwie auf dem Markt aufschlägt, aber ja, keine Ahnung, ob das ein Produktionsrückstand ist oder wie auch immer, auf jeden Fall, es sind keine staatlich kontrollierte Produktion und auch da haben wir wieder durch Prohibition die gleichen Auswirkungen wie immer, sozusagen, ja, das sicherlich nicht konsumentenschützend, sozusagen, das so zu organisieren auf dem Schwarzmarkt, komm, tu das sowieso, tonnenweise irgendwie und wer das will, der kriegt das, aber er kriegt das eben mit PFAS, äh, also nicht zu fasten, unglaublich, passt auf, wann ihr da irgendwie euch reinzieht und lasst es im Zweifelsfall besser sein. Gute Nachricht zur Abwechslung mal aus Jamaika, da sind Psilocybinpilze jetzt rezeptfrei in der Apotheke zu erhalten. Jamaika erarbeitet sich auch so einen Ruf als Land, wo man seine ähm, Spiritualität weiter ausbauen kann, ja, und verbessern kann und so weiter ähm, und das eben auch mit Magic Mushrooms, ähm, jedenfalls wenn man seine Spiritualität medizinisch aufbereitet ohne Rezept, das ist, ähm, auf jeden Fall ein World-First-Ding sozusagen, weil auch immer wieder diskutiert wird, naja, was passiert in Drogen politisch nach Cannabis, wo ist denn sonst noch irgendwie eine Bewegung weg von Prohibitionen zu sehen und da sind tatsächlich äh, diese Hallezynogene weit vorne, weil die eben auch in der medizinischen Nutzung interessant sind bei der Behandlung von irgendwelchen Traumata zum Beispiel, da gibt es sehr vielversprechende Dinge und es ist eben auch nicht das einzige Land jetzt, wo eine medizinische Anwendung erlaubt ist, aber das erste, wo das Rezept frei möglich ist. Mehr dazu, wie immer, und zu allen Themen hier in der Videobeschreibung. Und damit bin ich endlich beim Ortsfunk angekommen und habe auch nur einen Bericht, das nämlich die Berliner Ortsgruppe am CSD in Berlin teilgenommen hat und da Spaß bei hatte. Als Laufgruppe mit Schildern und Fächern und so weiter waren sie da unterwegs. Highlight, von deren Seite noch eine riesen Seifenblasen Maschine, weiß ich nicht, auf jeden Fall haben sie die gemacht und da kam super an bei den Besuchern und die hatten sicherlich Spaß da, weil das da wohl immer Spaß macht, wenn man so den Eindruck hat. Ja, Bilder habt ihr gesehen, glaube ich, im Hintergrund und damit war halt auch das. Und dann habe ich auch nur noch vier Termine, einen Stand der Ortsgruppe beim Umsonst- und Draußen-Festival Ortsgruppe Stuttgart am 2. 8., in Heidelberg am 5. 8. haben wir eine Teamsitzung des Handverbandes am 9. 8. der umsonst, also Freiluftkino Hasenheide Bob Marley One Love Film und das als Handparade Spezial, also Kooperation von Freiluftkino und Handparade zeigen die diesen Film am 9. 8. und die Handparade selbst am 10. 8. in Berlin kommt alle, ja, das ist schon die vorletzte DRV-News-Folge vor der Handparade, da muss ich aber nächstes Mal nochmal richtig viel erzählen am Anfang, damit ihr euch dann nochmal auf den Weg macht, ich hoffe, ihr seid sowieso alle da, aber es ist auf jeden Fall am 10. 8. die große Handparade, die Cannabis-Demo in Deutschland, die eine, die Mutter aller Cannabis-Demos und so weiter und so fort, ja, kommt da, sehen wir uns da. Abonniert den Kanal, drückt die Glocke, liked das Video und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen Gruß am Ende. so einen Gruß am Ende, dass du das Poß das Cube, das eine Schluck und werfe insomods-Demo hat.